jetzt habe ich mir den controller gegen mein headset geschlagen und somit herzlich willkommen zu part 5 von a chair in a room ich wünsche euch wie immer ganz viel spaß beim anschauen im letzten teil habe ich an dieser stelle aufgehört und nun mache ich hier weiter ich habe hier neue erinnerungen beziehungsweise hinweise erhalten die bird i remember is a part of the murder und new identities new lives what is my identity what was my life das war mein leben ja keine ahnung das weiß ich noch nicht jetzt werde ich wahrscheinlich den das war's auch gucken was mich jetzt erwartet ich bin mal gespannt wo ich jetzt hinkomme chapter 5 confession september 2013 hier ist ein kreuz auf dem boden das sieht aus als würde es irgendwie durchs fenster scheinen das dicht und ich bin in einer kirche ja ich bin in einer kirche hier auf dieses podest komme ich nicht hoch erstmal das licht anschalten dann sehe ich mehr hier ist ein eimer jetzt ist da was rausgefallen ein safe lock hold lock in hand zwei pad left right rotate da hängt dieses schloss dran aber das kann ich jetzt sicherlich noch nicht öffnen weil ich weiß ja gar nicht diesen zahlen code ich gehe jetzt einfach mal hier weiter das ist ein beichtstuhl wer die hast du auch dass du halt was wie 3, 11 und 17 das wird die Kombination für das Schloss sein deswegen gehe ich da jetzt mal hin Image of my sins also 3, ah hier 3 links 11 rechts 17 links 3 links, 11 rechts 17 links vielleicht sollte ich das mal wieder auf 0 stellen also jetzt dreh ich es 3 mal nach so, irgendwie ein komisches Geräusch was ist denn das da hinten und hier knarzt es irgendwie also 3 mal links das mache ich jetzt mal so, äh, so das war falsch rum, so ja, ich bring dir das aber irgendwas ist tritt es ist ja schon wieder falsch ja, das ist falsch jetzt wieder nach links drehen 17 mal das war nicht richtig, was ich gemacht habe ich drehe das nochmal auf 0 zurück also 3 mal links 11 mal rechts dann 17 mal links das war nicht richtig jetzt war ich jetzt schon wieder bei der 3 das funktioniert doch gar nicht oder bin ich falsch ich muss jetzt doch nochmal gucken also 3 mal links 11 mal rechts und 17 mal links das war glaube ich schon wieder zu stark es knackt manchmal nur so ein bisschen so wie das manchmal knackt das halt so stark das war auch schon wieder zu viel das war so ein starkes knacken deswegen wird das auch nicht funktionieren ich weiß es aber nicht ich versuche das jetzt nochmal so, jetzt hat es jetzt es war schon wieder zu viel ich habe es schon wieder zwischendurch losgelassen aber irgendwie das war jetzt dieses starke knacken das ist falsch jetzt hat es leicht geknackt jetzt habe ich es aus Versehen wieder losgelassen das geht einfach manchmal weg ich muss mir ein bisschen mehr Mühe geben das war ein starkes knacken also nochmal das war ein leichtes knacken jetzt muss es jetzt habe ich es ich habe es offen schwierig schwierig und jetzt will der meine Sünde haben oder was jetzt sehe ich ja gar nichts das liegt flackert so erst mal einschalten he sacrificed himself for you one a day to keep the visions away das ist doch ein Apfel look for the green label das ist doch eine Tablette da ist dort dieses pharmazeutische Zeichen oder was auch immer da drauf da liegt auch so eine Tablette aber ich gucke mich jetzt mal hier um bevor ich irgendwas mache es geht sogar auf was habe ich hier hier steckt so ein Stab hier habe ich der spricht schon wieder zu mir habe ich wieder so eine Ausweise kann ich hier irgendwas schalten das kann ich rausnehmen aber jetzt höre ich den Typen doch auch gar nicht mehr reden das ist seltsam aber ich schaue mich jetzt mal hier um ob ich noch irgendwas interessantes finde hier steht was geschrieben ignorance is bliss the apple is no longer our forbidden fruit aber was soll mir das jetzt sagen dass der Apfel nicht mehr verboten ist aber das ist das soll aussehen wie ein Apfel aber das ist doch eine Tablette genauso wie die hier auch also mit den Tassen kann ich nur wirklich nichts anfangen mit dem hier weiß ich auch nicht ob ich da irgendwas machen kann hier ist nichts drin das ist auch leer mit dem Sack kann ich nichts machen die Flaschen auch nicht kann ich den hier irgendwie einschalten oder vielleicht sogar diese Sicherung da rein machen aber hier ist auch nichts wo ich die reinstecken könnte jetzt weiß ich auch nicht was ich damit soll was ist das Schönes jetzt habe ich mir den Controller gegen mein Headset geschlagen oh weia die Bibel aber das deutet echt alles auf diese Tablette hin und der will ja was von mir haben also kriegt er das auch jetzt bin ich wieder irgendwo gegen gekommen ich muss mir ja die ist jetzt da reingegangen ich muss mich da richtig positionieren ich muss mich erschrocken ein Schlüssel aber ich habe nirgends ein Schlüsselloch gesehen jetzt bin ich wieder hier die Schlange ist hier hingekrochen und hier ist auch ein Schlüsselloch die leuchtet sogar raus ein Feuerzeug liegt hier ja und hier muss die Sicherung rein die hole ich jetzt mal jetzt legt der Stab hoch jetzt hat sich hier was geöffnet aber ich sehe gar nichts hier ist ein bisschen eine Wand zu erkennen hier geht es nach unten also dann gehe ich mal da runter oh scheiße wo bin ich denn jetzt ich krieg's nicht gegriffen wo ist das jetzt ich greife das doch vielleicht mit der anderen Hand ja so sehe ich was aber das ist ja auch mehr wie schummeln hier wenn ich dieses Teleporter Ding hier anmache aber ich kriege das Feuerzeug hier nicht mehr gegriffen das ist doch echt blöd also bewegt habe ich es gerade schon mal jetzt habe ich es oh ich dachte schon ich muss das irgendwie neu starten jetzt geht es auch gar nicht an jetzt habe ich es was haben wir hier wurde hier jemand angekettet oder was liegen nur noch Zettel rum also der Priester oder wer auch immer da an diesem Beichtstuhl sitzt der will irgendwas haben vielleicht ist ja ich bin schon wieder irgendwo gegengelaufen ich lasse das Feuerzeug mal hier unten damit zwei Gegenstände komme ich glaube ich nicht hoch wo waren der jetzt da war das Schloss da war der nicht der war hier drüben willst du das denn das ist nicht ach ja also muss ich wahrscheinlich nochmal da runter gehen weil es da so schön ist aber was will der haben jetzt hat das besser geklappt das Feuerzeug zu mir kommt hier an jetzt das ist bloß diese Haltung ja und das Einzige was mir noch einfällt sind die Zettel hier weil es muss ja irgendwas von hier unten sein was der haben will weil sonst scheiße ich wollte sagen sonst wäre es ja sinnlos dass diese Tür da aufgegangen ist ich mache jetzt mal das Licht an Licht das Licht geht nicht an ist der da noch irgendwo hallo bist du hier noch irgendwo es ist so dunkel ich sehe gar nichts ja gut ich gehe jetzt wieder in diesen Beichtstuhl ja ich stehe hier in völliger Dunkelheit gerade willst du das haben was der laboratories geht was der was der was der soll 8 2 2 2 1 4 H arn If he stopped to look, what lies beneath would consume him. You chose to stop and look. Why? A memory. Someone you loved. But you never really knew. I wanted to tell you. But I heard his cries. I played you for the fool. Fool we could hide in plain sight. Now, when you look under, all you'll see is crocodiles. If I look under, will I be a crocodile or something? All you will ever see are crocodiles. Take my advice and confess. Because you don't have long to make peace with the devil that holds you. I don't want to make peace with the devil. So, somehow that's just the other noise. And now that's something to see. What is that? Hello? Hello? The Saurier. Hey, that's Krokodil. I hope it's not coming out here. I'm sprung. Oh, this is crazy. This is crazy. Hey. 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 verrückt jetzt bin ich wieder zurück jetzt ist es noch ein bisschen heller und ich habe wieder neue hinweise den gehe ich aber im nächsten partner ich hoffe wie immer dass euch mein video gefallen hat wenn ja lasst mir bitte einen daumen nach oben da und wenn ihr die nächste folge nicht verpassen wollt abonniert meinen kanal bis zum nächsten mal ja 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 ja